Schönen guten Abend ihr Lieben. Hier ist wieder Benni Freidinger vom Lagerverkauf Freidinger in Gießen. Mittwochabend, Angebotstag. Ja, wir fangen mal an hier. Wir haben super Ware an Land gezogen, aber richtige Knaller. Wir haben hier Nature Valley Protein Kekse, Riegel. Sowas kostet normalerweise 2,99 Euro und wir bieten euch die jetzt einfach an für 59 Cent. Das ist fast umsonst. 59 Cent statt 2,99. Protein, Riegel. Wo wir schon bei günstig sind, machen wir weiter bei günstig. Toplerone in allen möglichen Variationen. Ich kann sie gar nicht festhalten hier. Fünf verschiedene Sorten, 100 Gramm. Toplerone machen wir 68 Cent. Wahnsinnspreis. Schlagt zu, wir haben eine Menge da. Weiter geht's. Gute Preise, gute Besserung heißt es. Milka Kekse in allen Variationen. Wir haben hier wirklich alles da. 10, vielleicht 10 Sorten, vielleicht mehr. Sensations Oreo XL Cookies mit Nüssen. Hier die neuen Choco Tins. Sehr lecker. Choco Brownie jetzt mit neuer Rezeptur. Was ist auch immer das? Neue Rezeptur heißt weniger drin. Wer weiß. Mini Cookies und Mini Cookies Oreo. Jede Tüte statt 1,99 machen wir für euch 1,29 Euro. Sehr, sehr gut. Das ist auch was ganz Tolles. Matilde Vicenzi. Crispy Kekse. Double Chocolate oder hier Lemon Cream. Italienische, ja ich sag mal Feinkost Kekse. Sind sehr gut. Die kosten nochmal 2,79. Wir bieten es euch an für 1 Euro jeweils. Jetzt wird es schön. Ein wunderbares Geschenk von Lindor in einer schönen Sortierung. Kostet nochmal 12,99. Bieten wir euch an für die Hälfte oder weniger. 5,99 Euro. Cappuccino. Freunde, aufgepasst. Grubon. 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 Latte Macchiato. Cappuccino. Klassik. Oder der Schoko Cappuccino. 500 Gramm. 400 Gramm. Kosten 1,99 Euro. Sind normal über 4 Euro. Gute Preise. Hier geht es weiter. Wertas Original. Das ist doch wieder mal ein Top Knaller. Eine Top Marke. Wertes Original. Die schönen Tüten hier. 1 Euro jeweils. Hier. Mirabelle Mozart Tafel. Ja, die kostet jenseits von 2 Euro. Also mehr, mehr wie 2 Euro. Machen wir 1,77 Cent. Milka Haselnusscreme. 360 Gramm. Statt 2,39 Euro. 1 Euro. 59 Euro. Wieder rausgekommen. Ferrero Tic Tac Coca Cola Geschmack. Die Große. Die Hunderter. Die hier. Feinkost. Chirio. Grüne Bohnen. Also das sind wirklich sehr besondere Bohnen. Mit dem authentischen Geschmack. 400 Gramm. 59 Cent. Und hier die Feinkostabteilung aus dem Hause Katus. Katus. Da haben wir hier Boretane, Zwiebeln, Aubergini gegrillt oder Zucchini gegrillt. So ein Glas kostet nochmal 2,89 Euro. 1,11 Euro. 1,11 Euro. Wir haben wieder da Lorenz W.O.W. Chips. Grandchips. Jalapeno Cream Cheese und so weiter. Und die Paprikacreme. 88 Cent die Tüte. So. Dann geht's weiter. Hier. Heinrich Stumpf. Metzgerei aus Kosen-Buseck. Heinrichs Kartoffel-Mettwurst. Habe ich euch die Woche schon mal gezeigt. Sind richtig gut im Geschmack. Kalt. Warm. Gegrillt. Oder wie auch immer. Kosten normal 2,99 Euro. Wir haben 1,79 Euro. Und Probierpreis für euch. Weil ihr braucht unbedingt 3 Packungen davon. Weil da sind nur 3 Würstchen drin. Und die sind schnell gegessen. Ich spreche da aus Erfahrung. Deswegen machen wir 3 Packungen für 5 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und schon wieder sage ich, es lohnt sich. Weil sich's lohnt. Ich bin immer noch überzeugt von unserem Laden hier. Hier haben wir was vom Hause Wolf Wurstwaren. Das ist Leberwurst. Das ist Kassler Leberwurst. Und hier haben wir die Rotwurst. Unsortierte Ware. Das heißt, hier haben wir etwas unterschiedliche Gewichte. 138 bis 150 Gramm. Manche sind auch etwas mehr. Jedes Stück 50 Cent. So was kostet nochmal das Kilo 13 Euro. Das ist wirklich sehr gute Wurst. Das Kilo 13 Euro. Wir machen 50 Cent pro Stück. weiter geht's. Das ist ein Knaller hier. Den müsst ihr gesehen haben. Cheeseburger oder Chicken Burger im Doppelpack. 300 Gramm. Da sind wir sogar noch billiger wie der McDonalds. Der macht 1 Euro für so einen Hamburger. Das ist ja noch ein großer. Und wir machen einfach 1 Euro für einen Doppelpack. Cheeseburger oder Chicken Burger. Wahnsinn. Ich finde das gut. So. Hier geht's weiter. Butter von Ala. Butter ist so scheiße teuer geworden. Habe ich heute gesehen im Supermarkt. Ich habe selber eingekauft heute, aber nicht die Butter. 3,29 hat die gekostet. 3,29. 250 Gramm ungesalzen oder gesalzen. Und wir haben sie für euch da. 1,79 Euro. Ihr spart 1,50 Euro an einer Schachtel Butter. Wo gibt's denn sowas? Beim Freilinger. Weiter geht's. Finello. Pasta Käse. Gratin Käse. Pizzakäse. Und noch irgendwas. Ofen Käse. Jawohl. Was haben wir drin? Ich weiß es nicht. Ich muss selber lesen. 150 Gramm. Habe ich auch gesehen heute. 2,19 Euro ist der Preis. Und deswegen bieten wir es euch an für 1,39. Was haben wir gespart? Wir haben, ich kann nicht rechnen, 80 Cent pro Packung gespart. Das ist ja auch wieder sehr gut. Weiter geht's. Top-Marken Käse von Castello. In allen möglichen Variationen. Blauschimmel. Höhlenkäse. Extra würzig. Sheddarkäse ist dabei. Das ist der, was ist das? Esrom Käse. Svenso Käse und Havati Käse. 150 Gramm. Die Kosten im Handel 1,99 Euro. Das ist ganz frische Ware. Wir bieten sie, Jan, für 1,49 Euro. Und eine Sorte ist etwas teurer. 1,49 Euro. Ist jetzt nicht der Mega-Kracher, aber ihr habt lange Haltbarkeit und tolle Ware. So. Castello Frischkäse Minis. 1,39 Euro. Die Kosten, glaube ich, 1,79 Euro. Das Gleiche. Die Frischkäse-Ringe. Die sind richtig lecker. 125 Gramm. Die sind auch richtig teuer geworden. Die liegen jetzt bei irgendwas 1,69 Euro. 1,79 Euro. Deswegen machen wir 1,29 Euro. Wir haben auch die Stücke da. Von Castello der Höhlenkäse. 300 Gramm. Oder der Esrom-Käse. Auch 300 Gramm. Die kosten normal 2,99 Euro. 3,29 Euro. Wir haben sie für 2,49 Euro. Weiter geht's mit den Mühlenfrikadellen aus dem Hause. Wie heißt das mit der Mühle? Rügenwalder. Rügenwalder Mühle. Mühlenfrikadellen Geflügel. Die kosten... Was kosten die denn draußen? 2 Euro und... 3 Euro fast. 2,99 Euro oder sowas. 1 Euro dafür. Und wir machen... Nein, was machen wir denn? 1 Euro. 50 Cent. Das Haltbarkeitsdatum. Das ist ja schon bald. Aber es ist kein Problem. Ihr könnt die essen. Aufheben, einfrieren. 50 Cent. Schlagt zu. So, was habe ich denn hier vergessen? Warte mal. Das habe ich alles. Das habe ich alles. Ja, hier haben wir noch was. Hier, die Picnic Chili. Das ist knabber mich in Original. Langes Haltbarkeitsdatum. 2,49. Kilogramm. 24,90 im Handel. Hier habt ihr 80 Gramm. 1 Euro das Stück. 2,49 normalerweise. 1 Euro bei uns. So, kann man besser rechnen. Das ist ja wieder was hier. Hier. Weiß geschimmelt. Pur Pork. Edelsalami. 300 Gramm. Sowas kostet 5 Euro. 4,50. 5 Euro. Wir machen... 300 Gramm. 2 Euro. 300 Gramm. 2 Euro. Und komm her, weil ihr es seid. 3 Stück. 5 Euro noch dazu. 2 Euro ein Ring. 3 Ringe. 5 Euro. Das ist ja wie auf dem Markt hier. Wie auf dem Markt. So, Backstube. Quarkbällchen. Extra lecker. 300 Gramm. 1,99. Tiefgefrorene Ware. Und hier. Mini Geflügel Knusper Sticks. Ja, die sind paniert. Putenfleisch, Hühnerfleisch. Tiefgefroren. Sind bestimmt sehr lecker. Ich habe sie noch nicht probiert. Ihr könnt das gerne mal für mich tun. 700 Gramm. 3,99. Ist, denke ich mal, auch ein fairer Preis. So, ich gucke noch mal ganz schnell, weil ich jedes Mal irgendwas vergesse. Aber heute sieht es gut aus. Heute sieht es sehr gut aus. Online-Shop reinschauen. Wir haben ganz viel neue Ware bekommen. Ja. Äh. Jeden Tag 50 bis 100 neue Artikel. Lohnt sich immer mal reinzuschauen. Gibt noch andere Sachen, die es hier nicht gibt. Und dann habe ich das hier noch, ja. Jetzt mal nochmal aufgepasst. Ihr wisst ja, ich bin ein sehr großer Basketball-Liebhaber. Und wir haben hier einen Verein in Gießen. Den unterstützen wir von Herzen. Das sind die BBLZ-Gießen-Pointers. Wir haben eine Jugendmannschaft oder mehrere Jugendmannschaften. Und wir bieten jetzt auch Training an für kleine Kinder ab vier Jahren. Jungs, Mädels, alle sind herzlich willkommen. Und zwar jeden Samstag in der Albert-Schweizer-Halle in der Grünberger Straße von 10 bis 11 Uhr. Und jeder, der mitmacht, der bekommt natürlich hier so ein Trikot geschenkt. Also für die Kinder, die dabei bleiben. Das unterstützen wir. Und Ansprechpartner, Telefonnummer, Adresse und alle Informationen werde ich euch jetzt hier unter dem Video im Beitrag noch mit reinschreiben. Und wie gesagt, alle Kinder herzlich willkommen ab vier Jahren. Und wer ältere Kinder hat, wir haben noch andere Jugendmannschaften. Einfach kommen zum Probetraining und ein bisschen Basketball spielen. Okay, ihr Lieben, ich bin raus. Am Samstag gibt es wieder ein schönes Video für den Online-Shop. Diese Preise und Angebote sind jetzt nur für den Laden. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit mir. Kommt bitte vorbei. Lagerverkauf Freilinger, Marburger Straße 127. Wir sind da montags bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Und jetzt macht's gut. Ich bin raus. Und jetzt macht's gut.